Auferstein, nur noch in der Minecraft-Welt leben, oder nur noch in der Roblox-Welt leben, hä? Halti, was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht, wir müssen wohl heute Fragen beantworten, ey. Aber richtig krass, okay, was nehmen wir? Ich weiß nicht, was wir das zu dir machen. Ähm, Minecraft ist schon cool. Minecraft ist mein Lieblingsspiel, ja, aber in der Roblox-Welt kannst du so noch richtig krasse Autos fahren und alles, da gibt's voll die klasse Grafik manchmal. Ja, aber in Minecraft auch mit Mods und alles. Deswegen, ja, mit Mods kann man ja auch Sportwagen hinzufügen. Ähm, ich, Minecraft, die Minecraft-Welt ist unendlich groß, ich nehm Minecraft. Ich auch, let's go. Und yeah, 70% haben Minecraft genommen und 30% Roblox, was hätten die bekommen? Drei Lucky Blöcke, zwei von Tizen und Iron Man, was kriegen wir hier raus? Hä? Wow, ein Troll, ein Lucky Block Galaxy und ein Bad Wolf. Ey, das ist ja auch sehr krass, guck mal. Oh, das machen wir hier auf, let's go. Oh, wir sind sogar alle mit Luck plus 100, let's go. So, das heißt, da kommen die besten Items raus von den Lucky Blöcken. Let's go, bitte. Nein, kein gelichtiges. Ich hab einfach selbst links gelegt. Alter, guck mal, ich hab ein Schwert, Alter, guck mal. Ey, gib die sofort wieder auf. Du hast dir deine Sachen hingeworfen, Alter, du hast sie wieder. Nächste Frage, guck mal. Nur noch Fernsehen gucken oder nur noch YouTube gucken. Oh, das ist ganz einfach für mich und für dich. Ja, ich find Fernsehen schon cool, ey. Und du? Wirklich, was guckst du denn da so im Fernsehen, Aiti? Ja, ich guck zum Beispiel mal Kika, Kikaminchen und Kaju. Wirklich, Aiti? Ich guck voll viele YouTuber. Hey? Zum Beispiel Ente oder Aiti oder Crymax oder Vive. Ja, ich kann Fernsehen gucken, Junge. Wirklich, Aiti? Bist du dir sicher? Ja? Hey, ich will mich doch anders entscheiden. Nein, Aiti, du musst jetzt mal angetürst zu, Aiti. Du musst da durchgehen. Ja, gut. Oh nein, du sitzt 15%. Bei mir sind es 85%. Nice. Oh, was hab ich für die krasse Lucky Blocke? Guck mal einmal den Galaxy, den Troll und Bedroh. Hey, ich hab nur Astral und Emerald Lucky Blocke gemacht. Aiti, würde ich, würde es, glaube ich, nicht gut ausgehen. Ey, was hast du denn bekommen? Ich hab, äh, Ego-Kern bekommen. Okay, nice. Gut für den Kampf. Und was noch? Oh, oh. Oh, mein Gott. Aiti, pack die Haken weg, bitte. Aiti, ähm. Aiti, ähm. Mach die viel Damage. Willst du die mal ausprobieren? Ja, hier. Aua, die besiegt mich fast mit einem Schlag. Aiti, lass das. Noch ein OP-Schwirt. Okay, lass uns erst mal, okay? Ja, ich hab noch zwei Lucky Blocke, einmal den Troll noch. Oh, hier gibt's Pizza drin, glaube ich. Ja, Aiti nicht, Aiti. Aiti nicht. Nein, ich nimm die nicht. Das sind deine. Die Pizza gehört mir, Aiti, weil Leute, das ist die OP-Pizza, mit der kriegt man so krasse OP-Effekte. Und Barrier-Blocke. Oh, ah, du bist sehr krass im Kampf. Okay, let's go. Weiter geht's, okay? Aiti, wies mal vor, was steht da? Auf der YouTuber-Insel 2 leben? Oder? In Minecraft-RP-Lebens? Oh, das ist richtig schwierig, sag ich ehrlich. Also, YouTuber-Insel ist voll viel Spaß gemacht. Aber Aiti, du warst ja noch gerne, ich weiß gar nicht, wie es da ist. Ja, aber Minecraft-RP, da will ich auf jeden Fall noch mitmachen, Junges. Ja, da wirst du ja auch mitmachen. Und ich finde, in Minecraft-RP gibt es so viele Mods. Man kann ein Auto fahren und als YouTuber-Insel, zwar geht das leider nicht. Da hört man da nicht viele YouTuber, die mitspielen. Aber das macht viel mehr Spaß, finde ich. Let's go. Oh mein Gott, guck mal. Nur 30 Prozent, als ob. Ja, 30 Prozent nur, aber was für das andere? Ich stelle jetzt ein bisschen falsch rum, Aiti, oder? Nein. Oh, ich hätte mal ein Shade bekommen, Junge. Was? Was war so, wie ein Shade war? Krass, ja, Leute, YouTuber-Insel ist auch noch sehr beliebt, aber ich finde Minecraft-RP auch sehr cool. Aber auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier die Items, let's go. Ja, ich hab Christi. Oh, Aiti, was du bekommen? Was war das für ein Blitz? Hä, ich hab hier einen Diamantenblock, aber ich kann den gar nicht anbauen, Junge. Du brauchst eine Spülzecke, Aiti, und du hast keine. Weißt du, wer gleich eine hat? Ey, ich hab doch keine. Oh nein. Nein, ich hab auch was. Mal gucken, ob ich da hochkommen muss. Hör uns hier, Aiti, was los mit einer Palette? Ja. Du hast geschafft, Aiti, komm mal runter. Es, ich, ich, ich wohne jetzt hier oben. Tschüss. Aiti, ich krieg dich. Warte mal. Okay. Und zack. Schade. Okay, nächste Frage, Aiti. Nur noch Alphastein gucken, hä? Oder? Nur noch Aiti gucken. Das ist doch logisch, Leute, oder? Ja, das ist echt logisch. Hä? Ich wollte natürlich nur noch Aiti gucken. Let's go. Ja, Junge, das ist mein Lieblingskanal. Ja, meiner auch. Ich geh zu Alphastein. Ja. Hä? 99 Prozent. Hä? Wie, nur ein Prozent? Äh, da muss ein Fehler liegen. Ich glaube, wer hat die, wer, das ist meine Seite. Nein, Aiti, nein, 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 nein. So ist richtig. Als ob. Wer hat die abgestimmt? Nur alle sind, wie kann das sein, dass ein Prozent nur für dich sind? Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Leute auf einen Kanal eingegucken, Junge. Genau, Aiti, du hast bestimmt selber da abgestimmt, oder? Ja. Ich glaube, du bist da die ein Prozent. Oh, ganz viele verschiedene Lucky Blöcke. Wollt ihr aufmachen? Ähm, Villager, noch ein Villager. Ich muss wahrscheinlich gucken, was ich hier habe. Aiti, ich kann an die Gucken, ich bin eingesperrt. Ich muss mir schon eine Spitzhacke kaufen, kann ich mir eine kaufen? Aiti, ich kaufe sie 17 years. Hä? Komm schon, Leute. Aiti, ich bin in Gefahren. Aiti, das ist mein Villager angetan an Aiti. Was soll das, Aiti? Aiti, ganz Aiti. Ey, das war immer viel zu krass, Freunde. Was sollte das, Aiti? Ja, ich habe ein paar Gertilblöcke gekriegt. Ah, so gemein, Aiti, du hast mir alles kaputt gemacht. Ich habe noch zwei Lucky Blöcke. Warte, bis ich meine OP... Ja, eine Spitzhacke mit Range. Jetzt kann ich alles von der Ferne abbauen. Oh, ich habe ein bisschen gecheatet. Und... Ähm, das El... Hä, warte mal, die Alm-Jahr-Schaufel. Ist die gut? Ich glaube, die ist gut. Sehr gut. Sogar, so was steht hier. Oh, Aiti, guck mal, die nächste... Nur noch Pizza essen, oder... Oder... Ähm, was stand da? Da, da stand... Was stand da? Verweißt du das noch? Nein, das ist nicht. Können wir das Schild wieder platzieren irgendwie? Kann man das wiederholen? Atmen, wo bist du, Atmen? Nur noch Brokkoli essen. Ähm... Ja, also 20% Brokkoli nehmen würden. Obwohl, man kann das ja auch kombinieren mit Käse oder so, mit Tomaten. Und die Pizza kann man aber auch schön belegen. Aber ich kann schon verstehen. Oh, ein Kumpel! Himmrich Kassler, ich habe wiederbekommen. Bedwurst, Galaxy und Plural. Was hätte man hier bekommen? Drei Phantasie. Okay, wäre nicht so krass gewesen. Oh, guck mal, meine Splitter-ID. Ah, pack' es weg! Äh, das war gar nichts! Einfach, hör auf! Tschüss! Äh, mein Item ist weg, ID! Das war's mit den beiden! Gib' das Item wieder, ID, du bist meins! Äh, pack' die Scheid... Du sollst ein Shade-Time! Woher? Äh, das ist kein Shade-Time, Junge. Das ist... Was ist denn das? Heute mein Plural-Held. Oiti, wir hatten noch gar kein Shade. Ja, gut. Wo hast du denn Shade-Time-ID? Das ist Plural. Oiti, ich glaube, den echt nur noch bei Edeka einkaufen oder nur noch bei Lili einkaufen. Ich hab' ein Lili in der P-Groht. Ich nehm' Lili. Äh, ich nehm' glaube ich Edeka. Edeka ist schon cool. Kommt schon, wer gewinnt. Aber ich glaube, das kann echt fair aufgehen. Oha! Ah, und jetzt... Ah, bei mir sind es 41 Prozent! Bei mir sind es 59! Ah, so top! Bei dir ist es viel mehr. Äh, okay, nicht so viel mehr. Ah, aber jetzt krieg' ich voll die schlechten Lucky Block hier. Nein! Ich hab' einfach Lucky Block treu gekriegt. Let's go, Freunde! Ah, ich hab' den Phantasier. Ja, okay, damit können wir die Phantasier-Restern craften, glaub' ich, oder? Gib' das hier mit? Ja, Leute, damit können wir das hier craften. Aber, ID, so schau' ich das niemals! Ja, das ist ein Galaxy-Boomer. Versuchen wir das mal testen. Ähm, nicht bei mir, ID. Also, ähm... Komm, wir warten doch damit. Oh, oh, Leute. ID wird uns gleich richtig krass angreifen, glaub' ich. Äh, da kommt gar nichts draus aus dem Brunnen. Bitte! Ja! Eine Baublöcke! Ja, die brauch' aber nicht. Ey, jetzt hab' ich die aus Versehen aufgehoben, ey. Und Emerald-Tools hab' ich hier noch. Ja, eine Schaufel. Also, die ist jetzt nicht so schnell. Äh! Hey, ID, komm wieder! Nur noch... ...Shade-Lucky-Blöcke aufmachen. Oh, ID, guck mal die nächsten Fragen, oder? Noch Plural-Lucky-Blöcke aufmachen. Oder nur noch Shade. Shade oder Plural? Das sind beides gute Lucky-Blöcke, Junge. Hey, das ist doch eindeutig. Ich geh' hier durch, ID. Ah, ich mach' noch Plural-Laufe. Was, echt? Ich wollte grad' zumachen, damit du nicht durchkramst. Okay, ich ne Shade... Oha! Was? Shade ist ja richtig beliebt. 10% für die, aber das ist sowas gar nicht. ID ist echt nix. 10% als ob die alle lieber Shade nehmen würden. Aber kann ich verstehen. Shade ist richtig OP. Und hier ist sogar ein Shade-Lucky-Blöcke drin, hier. Oha, das ist so ein Plural. Let's go. Ich mach' den Shade als letztes auf. Oh, hier ist ein Schwert, damit kann ich ID mit einem One-Hit besiegen. Was behalten wir für den Kampf, Leute, später? Knockback-Stick, ID, guck mal. Willst du fliegen? Jetzt fang mal. Au! Heute fliegt, Saiti. Und nochmal. Wo bist du? Ah! Hey! Was soll das, Saiti? Äh, was du? Was tue ich mir? Soll ich dir? Genau, deswegen fliegt er auch unter. Los! Hey, nicht durch die nächste Tür gehen. Was war die letzte? Oh! Okay, jetzt noch der Shade-Lucky-Blöcke, komm schon! Nein! Komm mal auf! Ich krieg' den Lampen daheim. Was soll das? Ich weiß nicht. Okay, let's go. Weiter geht's, Junge. Nur Obst und Genüse essen. Oder? Oh, wieder so eine Frage. Oder? Nur noch Süßigkeiten essen, Junge. Ähm... Was soll wir denn nehmen, IT? Boah, jetzt noch Süßigkeiten hier. Äh, bist du dir sicher? Aber dann krieg' ich was mit deinen Zähnen. Du musst doch auf deine Zähne aufpassen, IT. Das ist voll ungesund. Ich hatte noch alle fünf. Äh, IT, da müssen eigentlich ein paar mehr sein, glaube ich. Hä, wie? Warte mal, Leute. Ich hab doch gar keine mehr in meinem Minecraft-Skin. Nein! Ich muss immer so ein Gemüse. Ich muss schnell gesund essen. Ah! Oh mein Gott, 90 Prozent. Ich bin so OP. Wie? Warum so viel? Leute, das ist nicht gesund. Nicht zu viel Süßigkeiten essen. Ihr müsst auch oben so ein Gemüse essen. Wirklich. Was haben die Zuschauer da abgestimmt, Junge? Oh nein. Das ist wirklich sehr gefährlich. Guck mal, was passiert, wenn man zu viel Karre ist im Mund. Ähm, nicht sowas passiert, sondern sowas. Ähm, warte mal. Ich muss kurz was umstellen. So was passiert, AXI. Guck mal. Warum geht das nicht? Komm schon. AXI, los. Tschüss. Nein, du bist jetzt nicht. Okay, Leute. Das Glück hat. Nächste Frage, AXI. Let's go. Jeden. Ja, ja. Jeden Tag Weihnachten haben, oder was hast du noch? Oder jeden Tag Geburtstag haben. Oh mein Gott. Dann würde ich ja jeden Tag Geschenk kriegen, Junge. Bei Weihnachten kriegt man mehr Geschenke, oder? Nee, am Geburtstag kriegt man mehrere. Und sogar teurere, glaube ich. Und heftigere Geschenke beim Geburtstag. Ja. Wenn ich jeden Tag Geburtstag hätte, dann würde ich jeden Tag so viele Sachen kriegen und jeden Tag einen neuen PC. Genau, deswegen geht es zu Weihnachten, AXI. Nein, ich bekomme nur das Weihnachten. 50 Prozent, wie kann das sein? Oha. Aber ein paar Blöcke haben wir gekriegt. Und was hättest man hier bekommen? Hier hättest man Galaxy... Hier hättest man andere Lucky Blöcke bekommen. Ich glaube, hier sind die sogar besser. Let's go. Komm schon, was kriegen wir? Was ist das? Ach, guck mal, das ist wie bei Mario. Hier sind Kisten unten mit Rüstung. Oha, da hole ich mir erstmal, Junge. Aber das ist nur Lederrüstung, leider. Oder? Ich muss mal kontrollieren. Nicht, dass wir irgendwelche OP-Items hier verpassen. Das darf nicht sein. Okay, ist gar nichts Gutes. Ich komme wieder raus. Super Eis. Ich habe noch zwei Lücke. Wie viel hast du noch? Oha, Hattie, guck mal. Oha. Das ist stark. Das Spiel stand 30 Attack Damage. Das bringt gar nichts. Ja, hör auf, mich so anzugreifen, Junge. Hey, und aus dem Galaxy kam gar nichts raus. Ein Mann. So, nächste Frage, Hattie. Wie viele Fragen haben wir noch? Oha, hier sind voll viele. Sein Gesicht auf YouTube zeigen oder... Seine echte Stimme auf YouTube zeigen. Einfach nicht, wer meine echte Stimme oder mein Gesicht nicht auf YouTube zeigen. Ich will auch nicht beides zeigen, Hattie. Was machen wir? Aber eine Sache müssen wir machen. Sollen wir unser Gesicht zeigen oder unsere echte Stimme? Hattie, wenn man das Gesicht zeigt, dann... Zeigt man das Gesicht. Dann ist das Gesicht raus. Aber echte Stimme, dann ist die echte Stimme auch draußen. Aber man hat nicht so viele Nachteile. Ich glaube, wenn man sich mit seinem Gesicht zeigt, dann kann man doch erkannt werden. Also man kann es positiv und negativ sehen. Ich glaube, ich finde das nicht so cool, wenn ich erkannt werde auf der Straße immer. Dann kann man doch immer Fotos mit den Fans machen. Doch, ist doch voll cool. Ja, gut, ich nehme das. Hattie, nein! Hattie! Also das ist cool, Fotos und so machen. Aber ich glaube, dann hat man keine Privatsphäre mehr. Schnell, wenn man will essen gehen irgendwo im Restaurant. Und dann wird man immer erkannt, man muss Fotos machen. Man kann nicht mehr entspannt essen. Ja, das ist auch doof. Ja, dann zeige ich doch lieber die Stimme. Hattie, nein! Ich will lieber echte Stimme zeigen. Wow, das würden 80% machen. Ja, ist doch klar. Viele zeigen auch ihre echte Stimme einfach. Ja, und die meisten reden auch einfach schon normalen Videos. Also wir reden auch normalen, IT, oder? Nein, ich renne dir aber mal zu. Hattie, pack das weg, IT! Pack das weg! Ich spreng das, IT. Wenn du hier eins abbraust, gibt's Werke. Warte, Leute, ich muss ein bisschen was mitnehmen. Hey, komm schon! Ja, Leute, ich hab was. Let's go! Ey, das war meins eigentlich. Einen Lucky Block habe ich noch. Mach den auf. Oha, wie cool. Guck mal. Leute, hast du noch ein Item bekommen? Hey, was ist das? Ja, nix auf. Oh, oh. Warte, ich glaube, das ist gereicht weiter. Ich glaube, du kannst von überall hauen, oder? Ah! Du hast mich ja rausgekickt. Hä? Da waren doch gar keine Blöcke frei. Oh mein Gott, ich hab's einfach geschafft im Leben. Hä? Wie hast du das gemacht, Leute? Kann ich das auch nicht durch die Blöcke rauskicken? Komm schon, flieg raus. Ah, da kriegst du mich hin. Leute, kannst du dich aber nicht nochmal machen, oder? Oh, oh. Dann probier nochmal. Ich bin gerade durch die Wand erwacht geflogen. Wie ging das? Ich glaube, normalerweise geht das nicht. Hab ich noch nie in Minecraft gesehen. Ja, eigentlich, lass weitermachen. Weg zur Frage. Hä? Da steht ein zu töten. Oh nein, ich will ein zu nicht besiegen. Ich mag ihn da. Aber so nein. Und wer ist hier? Er weiß töten. Das ist doch Lucas. Ja, ich glaube, ich... Aber endlich, dann haben wir euch zu Weihnachten gegessen, oder? Äh, Ante, müssen wir öfters besiegen. Wolf, den kann ich nicht verletzen. Also, der ist eigentlich bei den Wasserkriegern. Eigentlich muss ich ihn fertig machen. Der ist bei einem anderen Clan. Der ist nicht in meinem Clan, Aiti. Ah, ich will den auch nehmen. Aiti kenne ich ja. Aber den, höh? Aiti hat mir immer zugestanden. Äh, Aiti und Aiti haben mir zugestanden. Aber Wolf, ich habe einmal meinen Herzfeind. Let's go. Let's go. Ah, das ist nur 20% Aiti. Hä? Echt so wenig? Wieso will ich so viele Ante nehmen? Das ist echt gar nichts, Aiti. Wollt ihr mal 80% werden Ante besiegen? Warum? Leute, warum? Die wollen bestimmt Ante grillen, Aiti. Ah, da kommt es bei den Ante so sauer zu Weihnachten, Junge. Die haben bestimmt Hunger auf den Online. Ja, kann ich verstehen, Leute. Wenn die Ante genommen hat. Oh Mann. Okay, was kommt? Ah, Emeralds brauche ich nicht. Du noch raus? Ja, auch nichts so Gutes, oder? Ah, das war nur blöde Blöcke. Nächstes Gutes mehr für den Kampf, Leute. Ich brauche noch viel bessere Items. Ich hoffe, ich kriege hier noch gleich was. Oh, das ist sehr nice, Leute. Aber ich ertrinkt muss. Nein, ich trinke gar nichts von dir. Was ist das? Äh, gar nichts. Ah, das habe ich direkt besiegt, Aiti. Ja. Was soll das? So, hier kommt die nächste Frage, Aiti. Guck mal. Nur noch, hä? Dreirad fahren. Was steht bei dir? Nur noch Bahn fahren. Noch Bahn fahren. Äh, ich will nur noch Dreirad nehmen. Ach wohl, nein. Nur noch Bahn. Hey, ich fahre jeden Tag Dreirad, Junge. Wirklich, eigentlich ist das voll schwer. Echt? Ja, ich finde das richtig schwer, Dreirad zu fahren. Ich habe es mal probiert. Hey, ich fahre Dreirad. Let's go. Okay, ich nehme Bahn. Und... Hey. Ein Prozent, Aiti. Wie kann das sein? Das ist immer gar nicht. Die meisten Bahn fahren. Boah, ich habe eine Bazooka, Aiti. Guck mal. Oh, ich höre sie lieber nicht aus. Oh, oh. Du hast einen Shade-Lucky-Block drin. Wie? Ja, ich habe nur Shade spielt. Ich glaube, da ist einer drin. Ah, Aiti. Und ein Troll-Lucky-Block noch. Ach, nun, die erheben euch auch nicht gut. Ey, ich glaube, da ist Shade drin. Natürlich, wie unfair ist das. Wow. Und dann kriegst du noch so viel... ... ... ... Das ist nicht fair, Leute. Ich sage es ehrlich. Was soll das? Egal, weiter geht. Guck mal. Nur noch Cola trinken, oder? Nur noch Fanta trinken. Oha. Ich glaube, ich bin mehr Cola-Fan. Ich weiß nicht, ob ich Cola oder Fanta nehmen würde. Ich glaube, Cola ist cooler, oder? Ich meine Cola mehr als Fanta. Ich nehme Cola. Das haben wir 60%. Oha. Also ist Fanta auch sehr beliebt. Oha. Ich lerne erst mal items ab. Ich habe so viel Mist, den ich ja nicht brauche. Ich auch. Ich habe so viele Schwerter, die ich überhaupt nicht brauche, Aiti. Oh, zack, 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 zack. Alle weg damit. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Let's go. Drei Lucky Blöcke. Oh, und let's go. Kampf gleich gegen Aiti. Ich brauche irgendwas Gutes. Oh nein. Ja, was ist das hier? Dann können wir was craften. Oh, ein OP-Schwerd. Oha. Ich brauche Holz, Aiti. Hast du Holz irgendwo? Äh, nee. Leute, ist hier irgendwo Holz in den Kisten? Haben wir irgendwo Holz weggeworfen? Hey, Alfa, stimmt. Das hier hat uns nicht nehmt. Hey, die werden hier rumliegen. Das ist nicht mein Problem. Hey, ich glaube, da liegt nichts rum. Ah, Leute, hier ist, glaube ich, echt kein Holz. Schade. Vielleicht kriegen wir das noch. Und dann können wir die so OP-Schwertkraften und Aiti besiegen. Hey, mach mein Holz nicht weg. Ja, ja, da ist nichts gewesen. Let's go, weiter geht's. Oh nein, Leute, da haben wir bestimmt noch Holz. Nur noch Kika gucken. Äh, okay. Und bei dir? Nur noch Super RTL gucken. Ähm, Aiti, was bist du für ein Fan? Was guckst du mehr gerne? Ah, ich gucke immer gerne Kika, Junge. Äh, wirklich? Ja. Aiti, ich habe nie Kika geguckt, glaube ich. Kika ist doch das coole Programm, hab ich immer gehört. Ähm, okay. Ich denke, es wäre andersrum. Ich bin Super RTL. Was? Äh, 20% nur. Aiti, ich glaube, das ist doch nicht so beliebt, wie du dachtest. Oh, äh, sehr nice, Leute. Einmal Schildschuhe. Was noch? Ich habe gedacht, die gucken alle Kika. Äh, ja, bestimmt Aiti. Das glaube ich auch. Ja, ist klar. Leute, was geht hier ab? Hä? Guck mal, Aiti retten, oder? Was kommt hier als nächstes schon wieder? Ali retten. Von der Dönerbohre. Aiti. Was hast du getan? Ähm, wollen sie mal, Aiti, die Aiti retten? Sollen wir Aiti retten? Aiti retten oder Ali retten? Oder Ali retten, sonst habe ich nie wieder Döner. Ich wollte nämlich echt Ali retten, den guten YouTuber. Was habe ich denn von, ähm, echt einen Döner. Let's go. Oh, ha, 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 ha. Na? Oh, Aiti, das kann doch nicht sein. Das ist doch bestimmt hier getrollt, Leute. Das ist doch bestimmt eine Trollfrage, oder? Das kann nicht sein. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, Junges. Also, irgendwie kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass es so ist. Oh, nein. Guck mal, guck mal, guck mal, hier ist gar keine Frage mehr, warum nicht? Ich glaube, wir machen jetzt gleich einen Kampf, Junge. Ja, hier ist die Arena, Aiti, die ist hier. Oh, Hades, der war richtig krass aus, ey. Habe ich Holz bekommen, Leute, kann ich mir noch was craften? Nein, ich habe kein Holz, aber dafür viele verschiedene OP-Items, Aiti, du bist am Ende. Okay, bist du bereit, wir rüsten uns jetzt aus? Ja, ich esse jetzt schon mal meine ganzen Tränke. Ich, äh, ah, was ziehst du an, Shade oder was? Nein! Oh, oh, dann esse ich hier schon mal meine ganzen OP-Sachen, Leute, zack. Und ziehe ich auch meine Shade-Schuhe an, nice. Ich habe noch die Bazooka, die könnten wir benutzen. Und das Schwert hier, wo ist das One-Hit-Schwert, das hier? Oh mein Gott, ich glaube, du wirst so verlieren einfach. Bist du bereit, Aiti, für den ersten Kampf? Bereit! 3, 2, 1, let's go, komm her, Aiti! Ich will dich besiegen! Ey, da kommt ich nicht hier. Nein, mein Schwert hat sich nicht gewandertet, wieso nicht? Oh mein Gott! Oh, 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 wenn es lecker ist, irgendjemand hat Teufel-Sachen bekommen. Aiti, wir drücken jetzt sogar, zack, zack, Shade-Bogen! Echt? Hör auf! Oh, 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 oh. Oh mein Gott, du hast Shade-Schuhe an, Junge. Jetzt bist du fällig! Leute, du kriegst dich niemals! Ich hab noch die Bazooka, die benutze ich gleich, wenn hier keiner drauf geht. Doch das hier ist auch direkt kaputt. Shade-Bogen! Wie stark sind wir beide? Bist du nicht im God-Mode, Aiti? Bin ich im God-Mode-Aiti? Hey, an der Rüstung reicht auch nicht ewig. Oh, oh, die geht auch schon kaputt, sehe ich gerade. Oh nein! Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Nein, 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 jetzt wackelt alles bei mir. Wieso? Was hast du getan, Aiti? Oh mein Gott, ich mach dich sowas von kaputt. Oh, 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 Leute, wir müssen die Bazooka nehmen, wir nehmen die Bazooka. Oh, und kam her! Let's go, Aiti! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 ich musik dir nicht. Alles wackelt! Oh, meine Mutter! Oh, das ist ein Obstfeld, das habe ich mir immer gemacht. Oh, Aiti! So, die Fakt ist nun endlich weg. Okay. Let's go! Habe ich noch irgendwas? Die Shade-Axt! Oh, ich kann fliegen, Aiti, und du nicht! Oh, oh! Ob du nicht fliegen kannst, du! Das heißt, ich muss einfach nur die Blöcke zerstellen und fliegst hier raus! Oh, oh! Habe ich gewonnen, ja! Ey, das gäbe es doch nicht! Ey, das war echt super knapp, Junge! Hier, trink das! Oh, da haben wir das Schwert! Was hast du gesagt, Aiti? Ich habe dir ein Mälchen geworfen, Junge, trink die mal! Habe ich gar nicht, Aiti! Wow, jetzt kann ich nicht wandern, wieso! Ey, dann zieh ich den Helm wieder auf, Junge! Oh, warte, ich hatte auch was, was ich craften konnte, Aiti, warte mal! Ja, zieh den Helm wieder auf, Aiti, besiege ich dich? Nein, ich glaube nicht! Aber ich weiß, wie ich dich besiegen kann, Aiti, weißt du wie? Ich weiß, wie ich dich besiegen kann! So! Die denn, Aiti, ich lebe noch! Ey, du bist noch viel zu OP wegen diesen Schuhen! Und das stimmt, Aiti! Und jetzt mache ich noch was anderes, was voll OP ist! Und vor deinem Ende, Aiti! So, zack! Zack! Ich habe nämlich eben deine Schildblacke abgebaut, Aiti! Komm her! Oh, oh! Gott, oh! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Lasst ein Abonnen! Und ich würde es angehen, tschüss! Yeah! Okay! Okay! ARD Text im Auftrag von Funk